Hallo, das ist heute mal ein ganz anderes Video und es hat nichts mit Grundlagenkurs oder Berge im Porträt zu tun, sondern mit euch und mir und einer großen Neuigkeit. Ich habe eine Ankündigung, die euch hoffentlich genauso viel Freude bereiten wird wie mir, als ich in der letzten Zeit daran gearbeitet habe. Aber kurz mal von vorn aufgerollt. In den letzten Jahren habe ich mir immer wieder mal diverse Bergmagazine gekauft. Ich hatte Abos von vielen dieser berühmten Magazine und fand sie alle immer ganz in Ordnung. Aber mich haben auch immer sehr, sehr viele Dinge daran gestört. In den einen ist jede zweite Seite eine Werbung, in den anderen sieht man viel Nonsens. Manche haben pro Ausgabe immer nur ein einziges Thema gehabt und andere sind einfach unfassbar teuer für das, was sie sind. Und unterm Strich war ich nie so wirklich glücklich. Also habe ich es irgendwann mit den Magazinen einfach gelassen, bis mich irgendwann eine Idee verfolgt hat, die heute in die Tat umgesetzt wird. Mein eigenes Magazin zu entwickeln und euch heute vorzustellen. Unter dem hier eingeblendeten Link oder auch unter dem Link in der Videobeschreibung oder eben einfach bei alpenacademy.at findet ihr ab sofort das Amberg-Magazin zu kaufen. Aber bevor ich euch jetzt versuche die Katze im Sack zu verkaufen, Amberg ist etwas anders aufgebaut als all die anderen Magazine im Outdoor-Bereich. Im Magazin werden möglichst unterschiedliche Themen angeschnitten, damit in jeder Ausgabe etwas dabei ist, was definitiv jemanden interessieren wird. Die Themen richten sich auch nie an eine spezielle Zielgruppe, sondern sind so gehalten, dass sie wirklich jede und jeder interessant finden könnte. Vorwissen ist nicht unbedingt notwendig. In der ersten Ausgabe zum Beispiel erzähle ich euch etwas über Paul Preuss, einen österreichischen Bergsteiger Anfang des 20. Jahrhunderts. Außerdem geht es im Hauptartikel der Ausgabe um das große Selbstexperiment Bergsport mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu betreiben. Ich beschäftige mich aber auch mit Eispickeln, den Achttausendern, sozialen Medien und natürlich der ein oder anderen Turnempfehlung für alle, die gern einfach mal wandern gehen wollen. Soll heißen, dass dieses Magazin keine Fachzeitschrift nur für absolute Experten ist. Es ist nämlich ein thematischer Querschnitt unseres unfassbar breit gefächerten Sports. Die erste Ausgabe ist komplett werbefrei. Einzig meine Alpaka-Produkte kriegen ein ganz, ganz kleines Feld. Ich hoffe, so viel Eigenwerbung ist noch erlaubt. Trotzdem kriegt ihr über 50 Seiten, Texte, Bilder, Informationen und Unterhaltung. Also viel Inhalt, keine externe Werbung. Dieses Magazin ist und wird auch weiterhin ein E-Paper-Magazin bleiben. Soll heißen, dass ihr es nicht als Magazin im Versand bestellen könnt, sondern nur auf eurem Smartphone oder Computer in der Ansicht auf der Homepage lesen könnt. Da gibt es im Magazinbereich einen Fashion E-Reader, der euch das Ganze als Buch darstellen kann. Wenn ihr aber lieber datensparsam bei schlechtem Empfang in der deutschen Bahn lesen wollt, ist das kein Problem. Wenn ihr euch die Ausgabe kauft, kriegt ihr im Bereich Mein Konto unter euren Zugangsdaten, unter euren Bestellungen bei den Details eine PDF-Datei als Download, sodass ihr auch offline weiterlesen könnt. Ich persönlich bin ein großer Freund von hochwertigen Magazinen. Schweres, leicht glänzendes Fotopapier, wie in Bildbänden oder Fotomagazinen. Aber sowas ist verdammt teuer und dann bräuchte es eben auch viel externe Werbung, um das irgendwie zu finanzieren. Außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, im digitalen Zeitalter ist es nicht mehr unbedingt notwendig, wenn wir sehr, sehr viele Bäume abholzen, um auf billigstem Zeitungspapier halbe Werbeprospekte auszudrucken, um sie dann teuer zu verkaufen. Dann lieber günstig als E-Paper. Schont die Brieftasche, schont die Umwelt. In diesem Sinne freue ich mich darauf, wenn ihr einen Blick reinwerft. Vor allem freue ich mich auch sehr über euer Feedback, entweder per Mail an kontakt.alpenacademy.at oder hier unter diesem Video. Ganz wichtig noch zum Schluss, das ist natürlich eine Pilotausgabe. Es kann sein, dass das ein völliger Flop ist, ihr das wirklich nicht gut findet und die Sache deshalb nach der ersten Ausgabe wieder eingestellt wird. Deshalb gibt es auch kein Abo-Modell. Im Prinzip ist es ganz einfach. Wenn euch das Magazin gefällt, wird es künftig mehr geben. Wenn nicht, dann halt nicht. Macht, glaube ich, Sinn. In diesem Sinne danke ich euch für eure Unterstützung, auch durch eure zahlreichen Views hier auf YouTube, die mir die Möglichkeit gegeben haben, nebenbei noch an dieser Sache arbeiten und mich ausprobieren zu können. Und wir sehen uns definitiv wieder im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!